ich lasse das erstmal ich kann das jetzt auch gleich zum Spaß mal in den TS gehen dann wird das kurz ein bisschen rauschen, weil das Mikro von Basti rauscht ein bisschen sehr doll das hat man ja auch vielleicht gemerkt in unserer Herobrine Aufnahme, dass das da also sehr extrem gedämpft Leute, was macht der denn? dass er da sehr extrem gedämpft geklungen hat äh, seine, seine Stimme so, erstmal soweit und das kann auch mal weg so und nun, und nun, und nun da noch, hier, da noch da noch warum weiß ich auch nicht ähm ich baue die Brücke fast so ähm jetzt muss ich gucken, wo ich anfange ich sag heute ganz oft, ähm, ähm äh, äh, wie so eine Robbe äh, allerdings habe ich jetzt keine Ahnung mehr, wo der Berg steht los los opzion opzion ich hab, warum hab ich auch was loo das auch nur richtig okay hier ist eigentlich ganz gut wobei ich finde so hier ich mal setzen hier schon mal so uah die ist nur ein Song ich mich fälschlicherweise hier drunter kann man dann da drunter könnte man auch noch was bauen aber das wäre dann ja von einer anderen bestimmten Person nachgemacht wahrscheinlich auch wenn ich es anders bauen würde ne guck mal hier fange ich dann die Brücke an boah also hier nicht das ist zu weit unten aber hier auf welcher Höhe jetzt ist natürlich der Baum noch ein bisschen im Weg ey hier so, pass auf, hier noch ein bisschen weg machen alles klar, pass auf, daaaann alter blöde Skelett müsste ich eigentlich von hier anfangen Aua Au, Mann so lass mich und dann kann man nämlich da perfekt drauf gehen okay, das passt so 1, 2, 3, 4, 5 sehr schön so na, das wird ja lustig, ne wo komm ich denn da an ungefähr so, wie ich das wollte, okay äh, kurz mal Fackel aufstellen muss ich noch gucken, wie ich den Weg dahin baue jetzt hier, die Bäume müssen auf jeden Fall weg ich plätte erstmal das Skelett so, Block schlagen gegen Skelett ist uah, was ist das denn schon wieder so eine Monsterarmee und da ist ein Creeper hier, hab ich gesehen alter, das ist ja unfassbar okay, der Creeper ist tot Creeper ist tot boah, du Skelett get it roll ach ja okay 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 komm ich gut mit so, pass auf ehrlich und stirb Aua teffern lassen keine Ahnung, sieh schon wieder aus wie ein Eagle ja, mach doch ja, mach doch ist mir grad relativ egal, ich hab grad andere Sachen zu tun äh, wie sah das ungefähr aus? so kommt hin, ne bisschen abgeschnitten jetzt vielleicht aber äh ja Kursow im Bisschen aus Klingeln das war nichts nicht richtig so wie gesagt die Bäume weg um und Dorn mit Honolwäsch und die Brücke immer kann auch nicht schulden und das ist so so kommen und ja genau Tom Kriper geht weg in der Brommer schnell weg hier Nein! Du, Penner, Creeper! Hey, komm, bau ab! Bau ist doch ab, das Stück Holz! Alter! Wett, eine Nacht mit Creepern! Mit voller Begeisterung, wie ich das hier sage. So, da, 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 da! Hm, will das ja nicht mit Krater hinterlassen, ne? Nicht so wie ne... Ja, nicht so wie ne... Alter! Nicht so wie ne Wüste! Wo wir da ganz viele Krater hinterlassen haben! Und das kann auch eigentlich auch ganz weg hier! Ja, so die Schaufe ist auch schon fast kaputt! Haben wir echt so viel in Erde geklatscht! Ach ja, die Minecraft Musik immer wieder schön! Dann, 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 dann! So! Jetzt mal ganz kurz gucken! Hier, so, da, kommt man ungefähr runter! Und hier baue ich jetzt schon mal die Brücke! So! Und da unten kommen wir dann irgendwie an mit dem... mit den komischen Minecrafts! Weiß ich auch nicht! Wie hab ich das denn geschafft? Egal! Ja! Machen wir das mal mit... Wir können das ja nicht auch mit den anderen Slaps machen, aber... Nö! Jetzt brauchen wir hier eine richtig schöne Brücke! Mhm! Ja, sehr schön! Wie vom Fließband wird hier gebaut, ohne Ende! Bei Sachen sind so die Killernzahl, aha! Ich bin immer noch der schlechteste... Na gut, die sind jetzt in die Hölle! Aber trotzdem! Die sind dann schon schlecht, ne! Ich muss denkt mal besser werden mit meinen Kills... Kills... Z, Z. Z.. So! Jetzt vielleicht ein paar mehr machen sollen! Oh lol! Nein! Nein! Oh, Mann! Schwimm! Zurück an die Oberfläche. So. Sieht auch schon mal ganz schön aus. Äh, okay. Okay. Ja, das war ich nicht, also muss ich das auch nicht reparieren. Machen wir später vielleicht mal. Jetzt gerade mache ich erstmal die Bäume vielleicht noch weg. Also nicht vielleicht so, ich mach sie ja weg. Und dann geben wir gleich wieder auf die Brücke und hoffen, dass wir diesmal nicht so runterfallen. So, pass auf den auch noch weg. Mal wieder ein bisschen Holz. Dann mache ich auch gleich direkt mal ein paar mehr Slaps als diese paar. Fünf, äh, fünfund... Als diese, äh, 58. Alter, als diese, wie viel sind das? 85? Man! Nein, 58 war richtig! Was lab' ich für'n Scheiß? So. 58. Ist auf jeden Fall zu wenig. Aber... Oder mach ich das doch aus den anderen Slaps? Ich weiß das nicht. Nee, komm, ich lass es jetzt so. So. Und wie viel komm' glaub' ich mit? Nichts gut. Nein, nicht gut aber. Wie geil. Und hol' ich noch ein bisschen was. Hier kommt, da kann die Erde weinen. Pff, da kann die Wolle weinen. Und... Oh, Mann. Schwarzbulber hab' ich ja gar nicht. Auch gut. Aber Knochen können da rein. Das können da rein. Das war's auch schon wieder. Ich hab' schon wieder vier Pfeile. Ah. Nein. Pflanzen waren da nicht drin, da auch nicht, da auch nicht, da. So. Oh, oh. Okay. Komm, machen wir das mal so. Das Leder kommt zu den Büchern, äh, Büchern. Das Holz hatte ich nicht eine gemacht. Äh, ja. Oh, guck mal, wie gut ich bin. Den Apfel nehme ich jetzt einfach mal das Essen mit, hier. Da. Nee. Und hier noch ein paar Slel. Sleps draus machen. Nein, bin mit. 1,2,3, 1,2. Gut. Nein, einer zu viel. Guli. Sind wir schon wieder zurück aus der Hölle, oder was? So. So. So viel brauche ich dann vielleicht doch nicht. Hoppla. Da haben wir gestorben, beste Baste, wa? So, ich bin zwar schon, keine Ahnung, wie oft gestorben, aber... Oh, wie sie denn? Wir wollten auch bald mal was in der Hölle bauen. Da müssen wir aber mal besprechen, wie, was wir da bauen und wie wir das bauen und... Also, wo wir das bauen... Auch, ja. Auch. Ähm... Und dann, warte, ich baue jetzt erstmal die Brücke ein bisschen weiter. Aua. So, hier den Anfang... Oh, Gott! Wie zum Teufel geht das? Ich mein, ihr setzt ja, ist ja nicht so, dass ich die da nicht ransetze, ne? So. Äh... Also, wenn ich die da unten ransetze, an den letzten Pixel da... Okay. Also, selbst wenn ich die an den letzten Pixel da unten setze... Okay, das sollte ich also nicht machen. Gut. Ähm, stattdessen sollte ich dann... Oh. Hoppla. So. Dann baue ich das halt so, zack. So, baue ich hier ein bisschen weiter. So. Okay. Hätte da auch nicht selber schreiben können, aber was sollst. Hmhm. Plopp. 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 doch also klein im sinne von länge groß im sinne von nach oben und unten so zu überholt jetzt gesetzten schritte unten so ein bisschen speed so augenblick ich mache mal ganz kurzen cut